Hast du schon mal Hobbit-Füße gesehen? Du hast erst gemeinte Frage. Da frage ich jenen. Echt. Letztens können wir so einem roten Kleid entgegen. Ich so, hey, hi. Hast du schon mal Hobbit-Füße gesehen? Ah, fand's jetzt nicht so lustig. Ist einfach weitergegangen. Eine erst gemeinte Frage. Ich gehe doch nicht weiter, wenn mir jemand eine erst gemeinte Frage stellt. Weißt du, was ich manchmal gefragt werde? Kann ich dir gar nicht erzählen. Ja, ein Fisch! Frodo! Frodo wurde vom Fisch gefressen. Hey, gleich kommen wir da an, ne? Steht da die Vermieterin unten. Hey, habt ihr das auch gehört? Nein, was denn? Da hat jemand nach Hilfe geschrien. Frodo! Frodo! Das war ein Teufelsberg. Wie heißt derá Ball? Ysengard. Ist okay, muss ich täusten? Er ist eben gut. Das ist der ultra mei. Hallo!